Unglaublich. Ein Traum. Ja, ich weiß es nicht zu sagen. Echt. Einfach unglaublich. Sie haben schon vor zwei Jahren Geschichte geschrieben, Flachau zum ersten Mal auf Platz 11. Da fahren Sie mit Startnummer 45, qualifizieren Sie sich für den zweiten Durchgang und dann führen Sie da ewig lange da vorne. Wie war dieses Gefühl, da vorne zu sitzen und plötzlich zu sehen, ach, vielleicht schaffe ich das auch zu protestieren? Ja, vor zwei Jahren, das war mein erstes Jahr mit Griechenland, habe ich sowieso von einer Verletzung bekommen. Wir haben so mit meinen Themen gute Arbeit gemacht und das war etwas, alles war ein Rhythmus. Letztes Jahr leider der Kreuzfahrt gerissen und wieder zurückgekommen. Heuer, wenn ich, ja, ich weiß nicht, was zu sagen. Einfach.